in diesem sinne herzlich willkommen zu einem neuen video teil 2 berlin sonderlay berlin neu köln ich hoffe ihr habt den ersten teil gesehen von heute das konzept ist ja eigentlich simpel wir quatschen nicht im video wir lassen die ganzen eindrücke auf uns wirken hier an der sonderlay hier im moment ist gar nicht viel los ich bin einfach rübergegangen gegenüber auf die andere seite jetzt kriegt ihr das zweite video mit der sonderlay auf der anderen seite schlau von mir oder ja und dann würde ich sagen bevor das video beginnt daumen nach oben abonnieren aktivieren kommentieren mein paypal link ist natürlich unten in der beschreibung wenn ihr mir weiter helfen wollt mir ein paar monaten zu schicken wollt könnt ihr das machen das motiviert mich hier auf youtube weiter zu machen danke das konzept habe ich noch nicht erklärt im letzten video habe ich erklärt jetzt erkläre ich das kurz in diesem video einfach ohne quatschen stur durch die sonderlay laufen und die eindrücke einfangen manchmal ist das leben wie ein film wie im kino so dass man nicht der hauptdarsteller ist sondern die leute außen rum protagonisten es ist wieder was los auf der sonderlay hier an der rewe to go tankstelle ich würde sagen wir beginnen jetzt mit dem video let's go ready machen wir jetzt halte ich meinen mund ja 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 da ja 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 anscheinend kennen die mich so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Chicken ist auch sehr, sehr guter Laden zum Essen. Die Chicken ist auch sehr, sehr guter Laden zum Essen. Die Chicken ist auch sehr, sehr guter Laden zum Essen. Die Chicken ist auch sehr, sehr guter Laden zum Essen. Die Chicken ist auch sehr, sehr guter Laden zum Essen. Die Chicken ist auch sehr, sehr guter Laden zum Essen. Die Chicken ist auch sehr, sehr guter Laden zum Essen. Vielen Dank. 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 ... 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 wieder wohl, was geht ab? Sein mal im Leben, das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, ihr seid gute Menschen. Nicht zu sehen, kein Problem. Oder? Alles gut, ja. Gehen wir mal zu den Polizisten. Wir sind ja jetzt am Ende des Videos. Beinahe sind die Videos zu schade, um zu posten, weil die einfach zu gut sind. Bei der kleinen Reichweite, die ich habe, sieht es keinen Schwanz. Aber trotzdem, die Polizisten waren. Verzeihung? Möchtet euch nicht aufs Bild haben, aber ich glaube, die Tür vom Wagen ist offen. Ja, wollte ich nun mal darauf hinweisen. Dankeschön. Aber Schlüssel steckt nicht, ne? Wir haben sie darauf hingewiesen. Ja Freunde, und hier beenden wir natürlich unsere Reise. Hier beenden wir unsere Reise, Hasenheide, Hermannplatz, Sonnerle. Das war's auch schon mit dem Video vorne. Ihr habt's gesehen. Mal wieder sehr umfangreich. Und ja, wir sind draußen. Danke fürs Zugucken. Die jungen Dinger hier der Polizei haben vergessen, die Tür zu machen. Ich hätte da jetzt auch einsteigen können und abhauen können. Schlüssel steckt nicht. Überlege, ob ich schnell zurückgehe und ein TikTok-Video mache. Ich glaube, das würde viral gehen. Dann würde ich wahrscheinlich auch noch Ärger kriegen. Dann mach's lieber nicht. Danke auf jeden Fall, dass sie mit dabei wart an der Reise. Manchmal ist es auch cool, die Fresse zu halten und nur zu filmen. Zum Beispiel vor allem auf der Sonnenallee kann man ja auch Dinge zeigen, die man eigentlich so nicht sieht, wenn man selber quatschen tut. Der Eindruck ist das, was im Leben zählt. Wir brauchen nicht ins Kino zu gehen. Die Inspiration und das Entertainment ist für mich das Leben draußen. Danke fürs Zugucken. Mein Name ist Six. All in the mix. Ganz wichtig. Wir sind auf jeden Fall fertig mit der Prozedur. Ja, bitte. Ja, natürlich. Alles klar. Wir brauchen gleich weg von der Straße. Alles gut. So, das letzte Wort kriegen die jungen Männer nicht, weil sie kaum was gesehen haben. Ja, abonnieren, aktivieren, kommentieren. Wer hat euch diese Reise gefallen? Daumen nach oben. Und mein PayPal-Link ist unten in der Infobox. Ich werde es immer wieder erwähnen. Ihr könnt mir weiterhelfen. Es motiviert mich. Und das macht dann auch natürlich mehr Spaß. Wenn ich unterwegs bin, will ich natürlich mal was essen. Oder ich gehe mal wieder in die andere Stadt. Oder ich muss einen E-Scooter holen. Oder ich muss dies. Oder ich muss das. Und das alles kostet ja auch Geld. Danke und tschüss. Grüße aus Berlin, Kreuzköln. Neukölln, Kreuzberg. Wir wollten eigentlich die Sonne nicht durchgehen. Haben wir auch. Bis zum nächsten Mal.